Liebe Hallo-Meinung-Familie, es gibt Meldungen, da muss ich mich kneifen und frage mich in welcher Welt lebe ich. Donnerstag, der 6.8. 14.10 Uhr. Bei Corona-Quarantäne. Gesundheitsämter wollen Kinder und Älter trennen. Zunächst mal sagst du, das kann nicht stimmen. Ich meine, als Familienvater und als Opa, das kann nicht stimmen. Wir leben in Deutschland, wir wissen, dass uns verschiedene Grundrechte entzogen worden sind, aber wir sind nicht in China, wir sind nicht in Nordkorea. Das sind Verhältnisse wie im Dritten Reich. Das sind Verhältnisse wie in der DDR. Da heißt es also, Donnerstag, der 6.8. 14.10 Uhr. Die Corona-Infektionen in Deutschland steigen wieder und es gibt erneut Fälle in Kitas, in Kindergärten. Einige deutsche Gesundheitsämter haben nun Eltern und Kita-Kindern, die in Quarantäne müssen, mit einer unglaublichen Anordnung angeschrieben. Der Plan einiger Gesundheitsämter klingt unglaublich, ist aber wirklich wahr. Doch noch der Reihe nach. In einer Kita in Dreieich, das ist im Kreis Offenbach, war Ende Juli der Betrieb eingestellt worden, nachdem es dort bei einer beteiligten Corona-Infektion zu einer Corona-Infektion bei einem Kind gekommen war. Darüber ist berichtet worden. Daraufhin musste die Familie des Kindes 14 Tage in häusliche Quarantäne in Isolation. Das ist soweit normal. Für große Verwunderung sorgte in der Folge jedoch ein Schreiben des örtlichen Gesundheitsamtes an die Eltern der von der Quarantäne betroffenen Kinder. Darin heißt es laut Bericht, ihr Kind muss im Haushalt Kontakte zu anderen Haushaltsmitgliedern vermeiden, indem sie es zeitlich und räumlich für Trennung sorgen. Keine gemeinsamen Mahlzeiten. Ihr Kind sollte möglichst allein in einem Raum getrennt von anderen Haushaltsmitgliedern, sollte sich dort aufhalten. Das ist wahr. Deutschland, nicht Nordkorea, nicht China, nicht 1933. Deutschland im August 2020. Gesundheitsämter in mehreren Bundesländern wollen Kinder von Eltern isolieren. Diese absurde Anordnung, die in dem Schreiben an die Eltern ausgesprochen wird, sorgt für Erstaunen. Für mich nicht für Erstaunen. Es ist ein Skandal. Dabei scheint diese Vorschrift inzwischen kein Einzelfall mehr zu sein. Das heißt also, wie die neue Westfälische berichtet, haben inzwischen Gesundheitsämter in drei Bundesländern Eltern dazu aufgefordert, ihre Kinder im privaten Haushalt von den restlichen Familienmitgliedern zu trennen. Für den gesamten Zeitraum einer möglichen Quarantäne. Auch sehr junge Kinder sollen demnach getrennt vom Rest der Familie in ihrem eigenen Zimmer, sollen sich im eigenen Zimmer aufhalten. Als wäre das nicht genug, laut Neue Westfälische, drohen örtliche Gesundheitsbehörden bei Zurwiderhandlung mit der Unterbringung des Kindes in einer geschlossenen Einrichtung. Seid ihr nur normal? Seid ihr noch normal? Spätestens jetzt müssten Eltern, alte, junge merken, hier passiert gesellschaftlich etwas. Hier passiert etwas. Das geht doch nicht mehr mit normalen Dingen zu. Kinder von den Eltern trennen. Auch sehr junge Kinder. Da frage ich mich in den Ämtern, seid ihr geistig noch zurechnungsfähig? Ihr seid doch nicht mehr zurechnungsfähig. Ich bitte euch, informiert uns mal unter www.hallo-meinung.de bzw. Kontakt, das ist unsere Homepage, da ist mal aufgeregt, unter kontakt.hallo-meinung.de. Wer denn sowas macht, die das angeordnet haben, die würde ich gerne mit einem Kamerateam besuchen. Es ist unmöglich. Ich meine, bei dieser Thematik, da musst du, da bist du emotional aufgewühlt. Das kann nicht wahr sein. Also, liebe Eltern, liebe Großeltern, Gesellschaft, wir müssen jetzt gegen diese Politik, gegen diese Art der gesellschaftlichen Zerstörung, müssen wir aufstehen. Wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Bitte, liebe Freunde, teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal. Wir müssen am Leben gehalten werden, auch andere noch. Das ist die einzige Möglichkeit, die der Form der Berichterstattung. Denn was die hier machen, hat zum Dritten Reich für mich keinen großen Unterschied mehr. Danke fürs Zuhören, euer Peter Weber.